Gelebte Authentizität, also man merkt einfach, dass es aus der Praxis für die Praxis ist. Mein Name ist Jörg Jakobs, ich mache diese Ausbildung zum Kinder- und Jugendcoach für meinen Verein, das ist der JLV Rhein-Hunsrück und wir möchten eben die Kinder, die bei uns Fußball spielen, einerseits mehr und mehr in ihre Ressourcen bringen, nicht nur im reinen Fußball, sondern eben auch im Rahmen ihrer Persönlichkeitsentwicklung und in diesem Kontext machen wir eben diese Ausbildung. Ich finde es eben gerade in der Welt des Fußballs und eben auch im Besonderen des Jugendfußballs eben interessant, weil oftmals teilweise Blockaden schon bei Kindern im jungen Alter angelegt werden, die mit teilweise dem Druck noch gar nicht umgehen können und in diesem Kontext sind es hervorragende Methoden und ja, es ist ein ganzer Methodenkoffer, der den Coaches weiterhelfen könnte, wenn sie das Wissen hätten, um eben wirklich die Kinder mehr und mehr auch in ihre Ressourcen zu bringen. Also von daher finde ich es eine ganz tolle Geschichte. Ja gut, das kann ich eigentlich ja sehr gut nachvollziehen, weil wir im Prinzip ja auch im Fußballtraining ganz viel nicht nur erzählen und Theorie am Tisch machen und Taktikbesprechung, sondern wir trainieren eben auf dem Platz. Also ich muss es tun, um es können zu können und ich muss es mir auch erlauben oder eben auch den Kindern erlauben, mal Fehler machen zu dürfen, ihre Erfahrungswelt, Fußballfeld nutzen zu dürfen. Insofern ist das eine ganz tolle Analogie zu dem Setting, wie wir es hier haben, wo ich eben auch nicht nur eine Theorie höre, sondern es eben auch ganz, ganz viel selber üben und ausprobieren darf, um danach dann eben in der Praxis, wenn ich es auch wirklich an das Kind bringen darf, gut umsetzen kann. Ja klar, also wir haben ganz konkrete Vorstellungen, dass wir mit diesen Methoden arbeiten möchten, um einfach die Kinder noch mehr in ihre Ressourcen, in ihre Ziele, in ihre Wünsche und das müssen eben auch nicht nur Dinge sein, die mit dem Fußball zu tun haben. Das soll eben auch helfen, Ziele in der Schule erreichen zu können, andere Ziele, um vielleicht mehr Zeit für das Fußballspiel dann haben zu können. Wir würden das auch gern noch mehr fokussieren in Richtung, wie können wir das in diesem Kontext Fußball einsetzen und freuen uns, dass wir da eben auch jetzt gemeinsam Lösungen erarbeiten, die noch spezifischer eben auch für diesen Bereich wirken und umgesetzt werden können. Ja, mittlerweile, wie du hast es ja eben schon schön gesagt, wir sind jetzt im zweiten Step, also in der zweiten Woche und man kennt sich, man ist, also viele Freundschaften, die sich da auch ergeben, gute Kontakte, weil man eben auch sehr intensiv miteinander trainiert und es hat einen sehr familiären Charakter, gefällt mir gut. Ja, Daniel ist sehr authentisch, macht das, also man merkt, dass das eben auch nicht nur eben die Theorie ist, sondern dass er auch durch die Übungen, die er selber dort vormacht, das ist alles gelebte Authentizität, also man merkt einfach, dass es aus der Praxis für die Praxis ist. Ja, auf jeden Fall, auch nicht nur in dem Kontext, wo wir das einsetzen möchten, also rein im Sport oder eben Fußball, sondern es ist ein Feld, wo wir einfach sagen können, das ist in jeglicher Hinsicht förderlich für die Kinder, weil es einfach die Kinder in ihre Ressourcen bringt, in das hineinbringt, wo sie hin möchten. Und da ist einfach jede Menge Potenzial und wenn man einfach auch sieht, mit welcher Freude dann die Kinder auch an die Dinge herangehen, dann ist das schön mitzuverfolgen.